ja hei willkommen mein name ist dann hier und ich begrüße mich zurück zur let's play star wars battle von zwei wir gehen jetzt mal in einen multiplayer galaktischer angriff den ganz kirchen und machen da einfach was ich will noch level 10 erreichen werde ich auf jeden fall nicht schaffen aber keine ahnung ich wollte einfach noch ein bisschen zocken also mal schauen so ein bisschen mehr erfahrung in allen bereichen so ganz klein bisschen meine schaden muss ja nicht alles an einem stück hochladen einfach nur ein bisschen gerangen sammeln also maximale will dann war ich jetzt mal so ganz frech so was müssen wir machen wir müssen den verteidigen irgendwann das ist auch jetzt schon wieder stimmt immer wir halten und angefangen fest nehmen das hier so was wie bettelt man nur posten einnehmen ich vermisse irgendwie so eine introduction soja weiß nicht die bösen die versuchen ja alles kaputt zu machen und so deswegen haltet ihr auf weil ihr seid die guten und so sieht aus wie so mann posten irgendwie einnehmen war ja so war ehrlich also wieder mal irgendwas die machen dann habe ich eine idee da ist jetzt schon vorbei aber wir haben verloren wir sind schon verlieren ganz besser roll natürlich hat der führer irgendwie der karte wo ich sehen kann das ist ein schild könnte ich beschützen reinhard hochrangiger agent scheint ein bisschen besser zu laufen schon zehn erledigt ist das nicht schön da ist dreck es ist nicht gut wenn wir alle auf einmal sterben und wieder respawn also in einem moment war niemand da da die an einnehmen hat man also genau das fürchtet hier warum kann ich das nicht an wie sehen ich habe verdammt durch der exaktion ja auch wir sind jetzt aufpassen oder anderen seiten müssen kommt von ihr kann es sein da auch hier ja jemand kommt und mich verlaufen hat wesens keller assist noch keine granate mehr kontakt kann als wer hat nichts ohne sinn und verstand aber sie hat mit der einen klasse läuft nicht so dann gehe ich mal zu anderen ich frage mich wieder aus der perspektive von den typen ausgesehen hatte eine kipp einfach so um dann liegt in der explosion weg kann hier noch mal stoppen anderes außer ich ich bin mal ganz unten auf der liste ich habe man ledig der gute positionierung gerne aber da unten sind auch welche der verteidigen also sind sie ja oben wahrscheinlich die einer fertig sie fasst mal ihr dinge glaube ich ich gehe rein und mach die platt kommen ja ja sehr gut wenn wir aber noch alle hier oh mein gott ich stecke nur einmal meinen kopf raus schon wieder ich werde ich genau so ein hof nur weil wir sind ja im verlieren geil den gedrungen bin ich weiter gut und kämpft das heißt doch irgendjemand ist ja so war das sind viele leute effekt einsetzen wenn ich hier das ding einsetzen war ja größte schwäche erledigt gerade die ganze die mann gegen die kollegen werfe die schnelle ich gut schreien mich nicht so muss nur jemand hier reinkommen und flächen angriff machen jetzt hier darf man oder weder reinkommen sei nicht schwer wirft näher schon wieder so schlachten am eingeschmack so gut ich habe dagegen jemanden geworfen also schon viel weiter draußen ja die schlacht macht bock aber schön bock gemacht und jetzt fliegen wir gegen den nächsten berg und sind alle tot weil ich am steuer war trotzdem bin ich immer noch irgendwo unten glaube ich weit unten manche frau ich dachte 1000 angust 25 gegen als angustruppler daran können wir doch mal drauf zu arbeiten 15 platz kiste dann kann man so ein bogen raus und hat den gegner besiegen ja so zehn gegner habe ich besiegt 16 dabei sind ja nicht alles ging es gewesen ja auch im gleichen planeten gleiche nähe gerade er ist ordnung sakler basis also ich sage jetzt weil der angriff steht dass der angst spielen da sollte ich vorher einsetzen einfach nur weil sie nicht bevor ich frontkämpfer einsetze gibt es irgendein ding ins ziel hat irgendwie noch verbessert das war die fähigkeiten ja gucken kürzere ladezeiten ja wo es mein ding säurewerfer normal ist schon gut wenn er die aufforderung der fähigkeit absteht wenn du deinen gegner besiegt ja da musste ich erst mal rankommen wenn du ein gegner besiegt ich hätte gerne mal so mehr schaden oder so war ladezeit ab morgen wohl ist ja eigentlich auch nicht schlecht gut was wir machen wir müssen mal kennen wo sind bei ihr ja der weg ist mir schon erzählt hat man hier irgendwie so offen im feldspiel aber ich habe jetzt gedacht da wäre doch ein bisschen weiß er nicht ich weiß nicht was ich gedacht habe da ist schon heftig war irgendwie cool auch hier mal das ding so ich bin ich bin dafür hier auf den zu schießen die dinger sind aber auch riesig schnell hat sie sehr viel größer die a t a t da ehrlich dann verbesserte thermale tonator tuten verteidiger schwere einheit hier mit einem schlag erledigen gut zu wissen ja leute ich bin gerade der singest du und mann vor allem da hinten sind noch welche kollega habe ich doch nicht hier drückt hier in sporn ich habe ja jetzt beim moment hier ja ich tue schwere truppe steuern lieber ich habe das nicht mit dem ding macht mir zu der angst zurückziehen der dreck ja der fuß der fuß er sollte mich schützen verdammt ich habe mich überhaupt nicht da oben zu laufen sind die gegner ja dann wenn ich raus also die neuen a t st hat er ist die der ersten ordnung haben wir nicht auch noch zählen haben wir müssen die gegner sind hallo scheine irgendwie alle zu warten hat dann sind die genauen ich möchte den ganzen weg dahin laufen wie soll mir ein leben dahin kommen aber es ist vorbei keine ahnung wie man hat den steuert man er hatte ist jeder nervt das genaue gegenteil das genaue gegenteil ist das genaue gegenteil ist das genaue gegenteil sind so wie irgendwas damit tüten wir kommen ja gar nicht vor einem aber tötet mich ja schon wieder sie muss man immer die erledigen wir müssen erledigen gibt es auch nicht die art ist jetzt glaube ich der einzige der uns hier völlig macht ernsthaft ehrlich fällig gemacht werden hier fühlt sich 44 jahre keine chance also meiner ledig und das ding komme ich irgendwie auch nicht dran ob da überhaupt irgendeiner dann wird jetzt noch was bringt wir sind schon gleich da und mit über draußen kursen war ehrlich ich bleibe eine aufer liegt da sowieso nichts mehr der echt niemand das ding einsammeln jetzt ehrlich wurde sie haben nur 20 eine katastrophe versuchen unsere schattel zu platzieren diese schiffe sind unser einziger ausgucken könnte und da ist wenn ich das ding raus holen jetzt direkt an gewalt hatte ich war mal so als ich bin schon ok war nur 91 leute erledigen und wir sind schon da und tun sie doch es gut ich glaube ich weiß wie wir dafür gehen ich bin die ganze tat man hat es tegel ja oben gewesen von der entfernung ist das problem dafür dass ich nur vier leute erfolgreich verteidigt dann geht es weiter weil dafür hatte ich nur auf vier kids haben 5.000 punkte geschützt oder irgendwie so was ja fängerwerk von den ganzen dingern ich nehme an als normale truppen tut man irgendwie mehr punkte kriegen weil es wird irgendwie kein simonel ist das könnte man unter wochen die ganze zeit ging ins spielen helden wenn ich mal mal krieg weniger punkte wenn man die spiel ich habe auch nur in luna punkte als woki krieger bekommen vorhin naja aber nicht durch der prater ist hier oh gott die alle damen warten wir schlagen uns gut habe sorge für ändern eine ganze da oben ja weder deswegen war dann die ganze zeit da oben die nächsten muss doch nicht im generator angreifen nein dieser soldat der aussieht als wüsste er nicht was er drauf hat hat vorrangig ja ich habe keine lust noch im letzten moment hier zu breiten in unserem team irgendwie sei speziell ist viel eb schaus hat sich das aber nur die beiden hier zu verteidigen ja ich will mal sehen wie die hier durchkommen oder fehler hallo wir warten wir wissen wo du bist weiter nachdem die gegner auf der karte angezeigt worden sind habe ich auch sehr viel mehr getötet und die hatten gemacht kommt fünf leute noch 4 3 2 2 2 2 kommen und wieder gegen den nächsten berg der solche schlachten die man book von der sexy pose hier auf dem ersten platz der typ man nix mit der wc irgendwelche herausforderungen noch geschafft ich glaube nicht egal ob ob gemacht kann man weiter empfehlen das spiel und sagt irgendwann welche umkommen haben oder mein kick start nur verdammt dann eben nicht lange dauern wie sich die waffen hier bekommen aber gut dann würde ich sagen was für diese folge 400 700 sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder von let's play stars battle von 2 wo ich hatte weil man ja ein interesse mein lag ein kommentar und dann sehen wir uns der nächsten folge wieder dankeschön für zuschauen und schau